Ich bin Nate, ich bin 19 Jahre alt, komme aus dem Ruhrgebiet und mache auf YouTube-Videos zum Thema Queer. Ich dachte, dass es viele englischsprachige YouTuber gibt, die über Trans- und all diese Queer-Stuff sprechen. Aber ich habe keinen deutschen YouTuber gefunden, und ich denke, dass es sehr wichtig für die jungen Leute, jemanden zu finden, die sie zu verbinden können. A-Gender sind Menschen, die nicht mit einem Gender identifizieren. Sie sehen sich nicht in der Männer- oder Männer-Spektrum. Sie sind nur Gender-Less. Und Pan-Gender, auf der anderen Seite, sind Menschen, die sich mit jeder Gender identifizieren. Es gibt noch viele Menschen, die nicht ganz verstehen, dass sie Queer- oder Trans- und das ist das, was sie discriminieren. Aber sie machen es nicht auf der Grunde. Was ist die Frage für die Frage? Mehr explanationen auf das Thema, besonders in Schulen. Ich glaube, dass es viel weniger discriminations wird gegen Trans- und Queer-Stuff in general. Du bist da, wirklich? Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Bis zum nächsten Mal.